Eklé bei den Olympischen Spielen, 18. der Einzelwertung, jetzt 10. der Einzelwertung bei den Europameisterschaften. Ein Pferd, das auch sehr schön Piafied passagiert und immer wieder Höhepunkte bereithält für den Betrachter einer Dressurprüfung. Es ist übrigens das vorletzte Pferd. Danach kommt Briar mit dem Schweden Jan Brink und dann wird noch etwa alles, glaube ich, sehr, sehr spannend hier. Der Chefrichter Dr. Volker Moritz hat geläutet, er sitzt Mitte der kurzen Seite bei C. Und jetzt gleich beginnt die Musik, jetzt auf dieses Handzeichen N. Und es geht los. Es werden nicht die Alphornbläser aus der Schweiz nur zu hören sein, darf ich Ihnen sagen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020